Das ist Toni Dreher-Adenuga, die frischgebackene Siegerin der diesjährigen Staffel von Germany's Next Topmodel, war im TV-Studio des Evangelischen Medienhauses in Stuttgart zu Gast, um über ihren Glauben zu sprechen. Sie hat es geschafft, dass die Kandidatinnen der Castingshow in der Sendung gemeinsam die Hände zum Gebet falteten. Ich bin einfach zu den Mädels hingegangen und habe gesagt, komm, wir beten jetzt alles mal zusammen, weil es halt wirklich die ersten paar Wochen so, dass ich immer alleine gebetet habe, für mich so, und dann irgendwann mal gedacht habe, hey, wenn mir das Kraft gibt, vielleicht gibt es ein anderes Mädchen auch Kraft und vielleicht tut es für ein anderes Mädchen auch was. Und dann habe ich mir immer anfangs zwei, drei zusammengenommen, mal eine Person und irgendwann mal die ganze Gruppe, dass sie zusammen beten und ja, es hat immer allen gefallen. Und irgendwo habe ich auch gespürt, dass es den anderen gut getan hat. Tatsächlich habe ich mit der Heidi mal über meinen Glauben sprechen können, nämlich in der Limousine auf dem Weg zur Ampfergala. Und da hat sie mir dann gemeint, ja, sie glaubt jetzt nicht so, aber sie findet es schön, dass ich das tue. Und sie findet es auch krass, dass ich das in meinem jungen Alter auch wirklich so offen ausdebe. Und im Auto habe ich dann auch für Heidi, für Claudia und für mich gebetet. Das Finale der Sendung hat Toni souverän gewonnen, musste aber wegen ihrer Hautfarbe auch einiges einstecken. Also es war halt wirklich so für mich, warum es so krass war, danach so viele negative Kommentare zu hören, war halt die ganze Staffel über kam wirklich kaum was. Also ich hatte die ganze Zeit nur positive Kommentare unter meinen Posts und alle haben mir immer so nette Sachen geschrieben. Und dann war es halt echt, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann gewonnen habe, kamen dann plötzlich irgendwie alle an und meinen, ja, das ist doch gar nicht Germany und dies und das. Und ich bin sowieso so ein Mensch, ich ignoriere Hate-Kommentare nicht. Ich spreche das an. Vor allem, wenn es halt nicht nur mich, sondern auch alle anderen angeht, weil ich finde, ich bin eigentlich irgendwo eine Inspiration dafür, um zu zeigen, hey, Deutschland ist auch Multikultur. Deutschland ist nicht nur, ich weiß auch nicht, ein bestimmter Typ Frau oder ein bestimmter Typ Mann. Und ja, da war es mir halt einfach wichtig, darauf ein bisschen Aufmerksamkeit zu lenken. Vor allem, weil ich halt einfach denke, dass Gott, nee, nicht denke, sondern weiß, dass Gott jeden Menschen erschaffen hat. Und vor allem in seinem Ebenbild und dadurch jeder Mensch eigentlich wundervoll ist, weiß ich, dass es halt falsch ist, wenn man Menschen verurteilt, nur weil sie anders aussehen. Oder jemanden auslacht, weil er ja nicht irgendwelchen Beauty-Standards entspricht. Dinge, die mich traurig machen, sind viel weniger die Sachen, die ich mache, sondern mehr die Sachen, die andere Menschen machen. Also ich werde immer schnell traurig, wenn ich Leute sehe, die undankbar sind oder Leute sehe, die immer alles so negativ sehen oder die sich über alles aufregen. Und das ist das, was mich dann traurig macht, weil ich mir denke, wieso kann man nicht einfach mal dankbar sein? Dankbarkeit und Zuversicht. Hat Toni dann überhaupt keine Angst, auf die Nase zu fallen? Nee, ich habe eigentlich tatsächlich nicht die Angst, dass es nicht klappt. Ich habe einfach großes Vertrauen in Gott. Und schon seit dem ersten Tag an wusste ich, dass er Großes für mich vorbereitet hat und dass noch Großes kommen wird. Und ich sage auch immer, mit GNTM hat es erst angefangen und noch nicht geendet. Dann in die Schlussk functional. Vielen Dank.